So, Behandlungsbereich, das ist auch so eine Map, ey. Kann ich gar nicht ab. Aber was ich halt auch gut finde, was DbD gemacht hat bei der Fokusband, dass Grenz auch einer geworden ist. Wieder ein Billy, weil den schaue ich auch ganz oft. Das ist ziemlich cool. Das ist auch mal ein deutscher Fokusband, ich glaube, es war sonst nur Polyester, Hybrid Panda. Äh... Keine Ahnung, ich glaube, das waren schon... Also, das waren immer so die zwei, die ich hatte. Sonst. Mit, ähm, Folkwisperer und jetzt habe ich halt nur Grenz. Ähm. Was ist das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist wie ein Kartoffer. Vermutlich ist gerade in der Leitung so ein, diese, da sind so eine Kabel und die Kabel haben nicht ausgerichtet. Das heißt, die haben, damit das Kabel ausreicht, haben sie da eine Kartoffel hingepflanzt. Und haben sie das damit verbunden, irgendwie so. Das geht doch irgendwie so. Und so hat's, so sah das gerade aus. Der Billy war hier, ich war hier. Er hat nach da gesägt und ich war auf einmal da auf dem Boden. Das ging's doch gar nicht. Da, da muss eine Kartoffel gewesen sein im Netz gerade eben. Das ist, geht niemals auf. So, wenn ich jetzt Stupe 2 bin, dann bist du dran schuld. Du suchst jetzt nicht die Truhe. Du suchst jetzt bitte nicht die Truhe. Warte, warte, warte. So, hier. Jetzt hier, hier, hier können wir mich weiter heilen. Ich würde nämlich gerne die Truhe haben. Danke. Also, Billy ein Tüftler. Er hat, äh, ich weiß nicht, ob er die Kartoffel ist. Mit dem Netz. Ist auf jeden Fall nicht nach Mainz raus. Ist das jetzt ein Fehler? Taschenlamm, ihr wisst, was das heißt. Das heißt, wir kriegen Taschenlamm-Action nochmal. So, gerettet. Würde ich gerne gleich retten. Ist das dein Ernst? Das Einzige, was er... Ey, ich drücke Space. Hallo, geh mal rüber hier. Geh mal rüber hier auf den Leute. Oh Gott, ey. Der Billy. Der ist ganz schön schnell. Ah, ich hab dich verarscht. Billy, 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 Billy. So, ey, wo bist du? Okay, hier. Hier ist Blut. Hier ist Blut. Blut, ja. Blatthand. Wer ist noch nicht weiß, dass Blatthand beginnt, ähm... Ich glaub am 6. Mai bis zum 12. Mai. Irgendwie so. Oh, ey, wie rennen die hier? Da vorne sind die. Ich hab sie... Wird nicht ausreichen. Reicht nicht aus! Oh, ey, Gott sei Dank war der... Hat der Billy, wollte der Billy nicht mich schlagen. Das mach ich's garantiert nicht. Oh, ey, renn doch jetzt hier lang, wenn ich verraten wurde, alter. Ich muss weg, ich würd gern die Taschnabbe nochmal versuchen. Ich glaub, ich denk mal, jetzt weiß der Billy, dass ich immer retten will, wenn ich die Taschnabbe. Billy! Oh, Mann, ey, ich hab kein Add-on drauf. Das ist das Problem. Deswegen klappt's leider nicht. Ich muss ja jetzt sagen, woher kennt ihr das? Ganz einfach, ich guck euch die Duke. Schade, aber ohne diese zwei Batterien klappt das nicht. Sonst hätte ich gern gerettet, Nia. Ja, Billy, ich komm. Ich komm nochmal. Der fühlt sich auch richtig verarscht grad von mir vermutlich. Ja, Billy, aber du bist im Stream. Du bist im Stream. Du kannst hallo sagen, wenn du das wärst. Ist das dein Ernst? Ja, so schnell geht das. Ups. Ja, aber du, ein Beispiel, Dave. Destroy the Palette. Ha! So nicht, mein Freund. Tut mir leid. Mein Freund, so klappt das nicht. Oh, okay. Okay. So war es eigentlich, ich wusste irgendwie, vielleicht macht er irgendwas falsch, aber so hab ich das jetzt nicht gedacht. So kommt der Berlin. Ja, er hat die Schnauze jetzt endgültig voll. Er will mich. Er hat die Schnauze endgültig voll. So, Palette, Palette, Palette. Oh, den hätte ich, den hätte ich gekriegt. Oh, das macht er leider. Birli, 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 klapp wohl nicht. Ich hasse mich nicht, ich hasse mich nicht, ich hab die Palette schon umgeschmissen. Blödes Ding. Moooooooooooh. Oh. Ich glaube, ich krieg ihn gerade ein bisschen zu doll auf. Ich denk mal, ich werde gleich gefaced scammed. Merk schon seinen Hass. Scheiße, das ist ein riesiger Fehler, den ich gerade mache. Na, ja, ja? Willst du ja, ja sagen? Will er nicht? Aber hier war auch keine Palette. Ich weiß nicht, hat der Dave am Anfang gejukt mit mir. F, ich werde nicht facecampt. Ah, doch. Okay. Ey, ich hatte zweite Janice an. Das war auch voll ewig in dieser Runde. Das ist schlecht. Ich sehe uns hier leider noch nicht entkommen. Warum kommt der jetzt zu mir? Was macht der? Will der mich jetzt abfahren oder was? Zu spät, Nia. Nia. Ey, weißt du was? Boing. Das war jetzt eine richtig Riesenfeder. Ne, ich jetzt einfach mal aufheben. Er hat doch nichts zu mir. Nö. Erstmal guckt der, wie? Guckt der? Ne, schade. Ich dachte, jetzt guckt der, ist Mac hier? Ist Mac hier? Oder hat ein Team mit der Taschenlampe? Dann sieht der, äh, ich bin doch nicht da. Aber es ist zumindest nicht mal keine Kartoffel. So, Ruin ist jetzt erst weg. Bisschen spät, findet ihr nicht? Hat ganz schön ewig gehalten. Obst der schon... Oh Gott, ey, das ist... Oh Gott, ey. Das ist... Nein, okay. Ich hab' lieber... Ich hab' lieber... Ich hab die Hotel gemacht. Ich werde... Ich hab' lieber... ok So, äh, lässt sich jetzt mal da einer erwischen. Ich wollte nicht drücken, wow. Ich bin heute auf M2 raufgekommen. Ich nehme halt das mit. Schade, wollte ich eigentlich nicht verbrauchen. Oh, Macs Kopf ist weg, jetzt ist er wieder. Weg, da, weg, da, weg, da. Na, Mac will die durch. So, und, ähm, ihr wisst, so lässt sich auch bitte denn sterben. Ich würde gerne die Luke, auch wenn wir die auf der Map nicht bekommen, weil die ist ziemlich gut auf der Map versteckt. Ein Versuch ist es wert. Ich meine, auch wenn der Billy, ich glaube nicht, dass er die Luke gönnen wird. So, wie ich ihn da mit der Taschlampe angeblendet habe, denke ich nicht. Was macht der Billy? Billy! Er lässt ihn liegen. Hm, schade, er ist lacht. Amen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde ihn nicht retten. Das ist eine Falle. Ich habe ihn aufgehoben. Ich glaube es schon. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Ich lasse sie sterben. Gott sei Dank. Danke. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt Luke bekommen werden. Ich versuche es. Ich hoffe. So, wir drücken jetzt mal alle die Daumen. Luke ist meistens immer so am Rand. Ach komm, Map. Bitte gib mir die Luke. Bitte versteck sie nicht zu doll. Mach es mindestens machbar. Ich will entkommen. Ich will unbedingt entkommen. Die Addons sehe ich hier gerade gefunden. Mit den Toolbox. Billy ist da hinten. Hier muss die Luke sein. Hier muss die Luke sein. Na, da ist die Luke. Billy will. Er weiß Bescheid. Dankeschön. Dankeschön, Billy. Danke, dass wir uns damit entkommen. Wir hätten jetzt auch da wieder vierte Minuten irgendeinen blöden Hedge-Stand-Off machen können. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Wir haben uns einen Kartoffelpip zurückbekommen. Sehr schön. Sehr schön.